heute hier ist er müsste konnte mein name ist rafael und ja willkommen zu ein kleines informations video ja das ist so ein kleines informations wie so wegen den passive card gewinnspielen genau das hat zu ende und einer hat gewonnen und ein paar passten passten ist nicht dass er gewonnen hat und so aber es hat meine persönliche meinung dass er es gab so einen anderen favoriten ich weiß jetzt nicht wieder heißt zwei andere die fand ich auch ziemlich gut aber er hat leider gewonnen es liegt daran weil sie nicht so lange war es liegt und dann ja ich fand gut besser wie die anderen ein bisschen besser ich fand ja dann auch ziemlich gut man ich würde auch gerne den auch 10 euro geben aber leider gewinnt aber beim nächsten mal können dann drei leute gewinnen und dafür jeder 130 kann also jeder so wie zehn euro war also totaler halt ich würde euch dann sagen wie viel kommt 34 oder fünf leute können dann gewinnen so 130 teile je immer irgendwie so ich weiß nicht ich werde glaube ich so machen dass jeder ein gedicht schreibt oder sowas und dann werde ich die 15 besten werde ich da raussuchen also mit freunden und so wenn wir werden wir dann raussuchen und dann werde ich sie extra in ein video rein tun oder so und dann das video was am meisten link hat wird erster platz an der zweite was zweit am meisten daumen hoch natürlich er hat zweiter platz dritter vierter fünfter platz genau und das was am meisten daumen hoch hat wird auch erster platz sein und so und es können weiß nicht drei vier und fünf leute gewinnen genau da werde ich ich würde dann sagen weil das gewinnspiel ist ich glaube erst du nächste woche erst so erst nächste woche so montag dienst am mittwoch so weil ich da machen warum ich das eigentlich mache weil ich habe euch eigentlich schon öfter verschworen dass ich eigentlich mit 50 euro machen wollte deshalb will ich jetzt das jetzt mit erstmal zehn euro dann war ich mit 25 euro also er so dass drei vier leute gewinnen können dann und genau was gibt es noch und ich bekomme ich youtube mani und so dank euch bekomme ich das geld und will euch etwas auch sowie zurückgebenheit ja zurückgeben euch der chance geben auch taler zu gewinnen halt und ja der gewinn der letzte mal gewonnen hat bitte schreibt mir eine privaten private mail und ja wenn wir da bereden und so der schreiben wo du das geld den code und so und ja genau also wie würdet euch gefallen wenn wir so machen dass jeder ein gedicht schreibt über los also ich würde euch dann ein thema geben thema vorgeben noch ein thema über eine person was vorkommen muss also keine ahnung und wie wenn dann 15 leute will ich nehmen die werde ich dann extra 15 extra videos machen oder zehn extra videos die zehn besten oder so die ich finde die zehn extra videos wenn ich da machen und dann das video was am meisten likes likes hat dies und das wird ein gewinn erster zweiter der platz und ja wie wird ihr sowas finden wenn ihr sowas gut findet bitte schreibt mir und meinen kommentaren wie ihr sowas findet weil ich würde sagen dann bestimmt der könnte selber bestimmen was ihr gut findet und dann bist du also ihr bestimmtes halt und nicht ich weil sonst denkt die herr von und für so er bestimmte dass ich bestimmt nur die ich gut finde und ja ihr könnt ja genau das sind wir beim nächsten mal einfach fertig sagen und ja bis zum nächsten mal tschau